Seit 1990 Ihre Berater für Marketing, Werbung, PR, Design, Internet, Event und Vertrieb in Bonn und Au bei Prüm in der Eifel. Wunderbar. Wir gehen jetzt einmal außen. Ja, ich trinke es, ich habe von außen. Und dann bis zum blauen. Wir beginnen jetzt mit der Vorführung und dann viel Spaß. Dankeschön. Jetzt die 10. Westeinfelschau in Altsfeld. 29. April bis Sonntag 2. Mai. Die große Ausstellung für die Region. Vier Tage volles Programm. Über 100 Ausstelle aus allen Bereichen. Tolle Attraktionen und beste Unterhaltung bis tief in die Nacht. Das besondere Freizeiterlebnis für die ganze Familie. Kommen auch Sie zur 10. Westeinfelschau. 29. April bis 2. Mai. Messegelände Altsfeld. Alle Infos unter www.westeifelschau.de Dabei sein ist alles. Unten dran, unten dran. Alle Infos unterten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020